so ja willkommen zu meintest folge 28 uwe meine server da wollen wir mal wir waren bei unserem tunnel und was haben wir noch so was los hier drei netter justin 111 und black widow interessant okay wir haben holz können wir die netten holzen vielleicht mal die farm da ist gerade wichtiger vor allen dingen also hier geht es ja mittlerweile aber vor allen dingen mein kleines problemchen naja es wird ganz langsam gut dann machen wir mal ich bin voll über die voll wie ich so voll was passiert brauchen wir nicht alles hier ewig mit uns rumzuschleppen ich meine dass ich da würden bergten sind oder so weil da steht ja immer blablabla join the game so Oh, bisschen farmen, das ist so schön, da kommt die Sonne ins Gehirn, so. Ich weiß gerade gar nicht, warum sitzt eigentlich beim Maitreff mit dem Wasser, dass man einfach Wasser drauf gießt und dann alles einsammelt? Wäre mal eine Überlegung wert, haben wir einen Wassereimer? Also wir haben zumindest einen Eimer. Der Bündnis hat zwar noch kein Wasser, aber das kann man ja leicht ändern. Da ist... ne, scheint nicht zu gehen, war mir auch so, aber gut. Das Wasser muss wahrscheinlich da für richtig, äh, regelrechtlich drüber sein. Weil eben, unser Wasser kann man ja keine... Was, ist das nicht schon wieder voll? Warum sind wir voll? Hä? Wow! Gott, hab ich viel aufgenommen. Äh, was ruhig am wenigsten? Äh... Ach, komm, hier können wir ja ohne euer bisschen wieder auslagern, ne? Ist ja gute alte Technik hier. Ja, so. Easy. No problemo. Ich glaub, die Weizenfarbe können wir dann erstmal für die nächste Zeit dann einfach, äh, so lassen, wie sie ist. Da brauchen wir denn nicht mehr ran. Können wir uns denn voll und ganz auf das Baum konzentrieren. Woher glaub man, wenn wir jetzt hier die ganze Weizen abgebaut haben, dann haben wir erstmal definitiv genug Brote. Und ich meine, wir haben jetzt schon eine 40 Brote oder so. Ja, doch, fast 40 Brote. Jetzt haben wir, äh, hier nochmal mindestens zwei Stacks, ähm, könnte sogar fast drei werden. Äh, wir haben drinnen nochmal drei Stacks, halt also wir haben, ja, sechs Stacks, das heißt anderthalb Stacks Brote haben wir dann nochmal zusätzlich, also haben wir dann insgesamt quasi zwei Stacks Brote. Das sollte eigentlich reichen. Man muss es ja auch nicht übertreiben, da soll ja hier schließlich kein, äh, ja, Landschaftssimulator werden. Ach Quatsch, wir haben ja 99er Stacks, das heißt also wir haben dann fast 200 Brote. Hat der jetzt echt auf dem Gras gepflatzt oder? Ne, hat nicht schon abgebaut. Seht das eigentlich nicht, ne? Ne, zählt nicht. Okay. Wow. Das ist immer meine größte Sorge, dass wenn man sich verbaut, man dadurch immer was verschwendet, weil beim Mindcloud ist es ja so. Da kann man Sachen halt, wenn man pflanzen und dann ist halt eins weg, beziehungsweise da ist das Problem, man pflanzt ja teilweise auch direkt die Sachen an sich ein, heißt also zum Beispiel bei Möhren, da pflanzt man ja direkt die Möhren ein und wenn man da dann mit rechts klickt klickt und aber nicht direkt aufs Zelt draufklickt, sondern irgendwo anders draufklickt, dann gibt es kein Vorrangiges Recht mehr, heißt also dann wird das normale, äh, oder der normale Event ausgelöst und der heißt Essen. Und wenn man dann nur noch eine Möhre im Inventar hat und die einpflanzen möchte und die dann aber aus Versehen ist, das ist dann immer ein bisschen tragisch. Da fangen ja nochmal an, die kleinen Kinder zu heilen. Oh Gott, Alter, wird das viel, das wird viel zu viel. Oh mein Gott. Wo soll das denn hinkommen? Zurück geht das Aussehen wesentlich schneller. Wobei meine Maus auch gerade schon hart vergewaltigt wird. Aber gut, dafür ist er da. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Weizen da haben. Nein, also ich, äh, also ich meine, die haben natürlich davon, ist klar. Doch, haben wir. Drei Stück. Wow. Dann kriegen wir jetzt locker noch eine ganze Reihe voll. Gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt, wir haben 35. Oh ja, für noch eine Bahn reicht das nicht. Von daher würde ich mal sagen, lassen wir das in dieser Stelle doch erstmal sein. Das reicht schon komplett aus. Wow. Siehste, kommst du mal in der Nähe, wächst jetzt hier wie, 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 wie Wolle quasi. Also, verstehst du, weil wegen Wolle und so. Das reicht mich doch am Arsch. Aber muss noch passen, dass wir hier nichts abbauen, was noch nicht reif ist. Obwohl, hier sind wir noch in einem Stadium, Stadion, Stadion. Da wäre, äh, ja, Vergeudung bitter. So. Pack auf. So. Okay. Wir haben 17. Wir haben drin nochmal ein bisschen... Reicht das am wenigsten schon für eine Tasche? Ach, ich hab keinen Bock. Ähm. Das war gerade ein ganz schönes Delay. So, wir haben ein 64er Stack. Das ist... Ja. Ähm. Wir sollten sie mal ein bisschen aufbauen. Ein bisschen so. Schunddarm kommt da rein. Ähm. Hier kommt so kleine Radetsch rein, wie zum Beispiel alles andere. Das... Das... Ja. Ja. Hier auch eigentlich nicht. So. Die Art Zeug. So ein Scheiß kommt hier alles rein. Äh, Eisen kann ich auch erstmal hier reinschmeißen. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Essen gefunden. Fleisch haben wir nochmal gefunden. Kupfer... Äh. Kohle und Eisen. Ein bisschen davon. Du kommst da mit rein. Oh ja. Oh ja. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Alles um. So. Und hier ist nämlich jetzt fraglich. Machen wir einfach mal so hier. Bam. Easy. Einer bleibt übrig. Ähm. Verschwenderisch. Sowas gibt's doch gar nicht. Sowas wäre zu meiner Zeit nicht passiert. Nein, nein, nein. So. Jetzt machen wir's ganz professionell. Wir nehmen hier von die Hälfte. Wir nehmen hier von die Hälfte. Packen wir das da drauf. Das da drauf. Und dann ist meine exakt gleich viel. Das packen wir da rein. Nehmen wir von die Hälfte. Da. 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 Easy. So. Jetzt wird zwar die Kohle nicht mehr ganz so effizient verbraucht. Hab egal. Dafür geht's schneller. So. Okay. Wollen wir. Äh. Hier. Wir sollten doch mal was essen. Haben wir was zu essen dabei? Ja. Haben wir. Ah. Sieht ihr. Wollt ihr gucken. Äh. Taschen. Warum hab ich hier meine Festel-Taste aktiviert? Ja. Kriegst du ja. Ähm. Rübe. Ach Gott. Ach Gott. Warum war das so extrem? Wie viel brauchst du denn? 480 ne? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Hallo. Oh Gott. Wir brauchen 24, 25 Jahrhundert, 100 Stück, 120 insgesamt für eine einzige Tasche. Aber gut. Ich meine, Ende ist in Sicht. Mittlerweile haben wir hier hinten relativ viel. Ähm. Von daher ist es nicht mehr so weit, bis wir die ersten ordentlichen Erträger einfahren. Und der Vorteil ist ja, je mehr wir abbauen, desto schneller wächst das auch, weil wir halt mehr Samen haben. Und damit kommt es ja langsam in Fahrt. Das ist immer nur der Anfang, der immer so extrem lang ist. Langedauert. So, 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 so. Hab ich schon mal vergessen? Ne. Daher, weil hier nicht mehr drum rum ist. Das ist grad so. Delsam aus. Aber gut. Ja. Ich glaub, da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ne? Aber lief so sich die ganze Zeit hier neben stehen, damit das auch ja wächst. Ganz schnell. Aber gut. Wir haben Bäume zu fällen. Wir können immer mal zwischendurch mal wieder zurück gehen. T once. Rabu. Ha. Ja. Das ist so. Daher noch. resolutionsenreffen. good? Alles stimmt. D portfolsiens, gute reconstruction sind Job islanden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben übrigens noch nichts gegessen Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann schiebe ich mir mal ganz kurz was rein So, danach sollten wir aber auch endgültig genug haben, also Holz jetzt erstmal Ich werde dann also keine neuen Bäume erstmal anpflanzen Weil so viel Holz brauchen wir jetzt auch wieder nicht Und wir haben mittlerweile schon mehr als einen Stack Wir haben schon fast zwei Stacks jetzt auch wieder eine ganze Menge abgeholzt Also, ey, das reicht erstmal Können wir jetzt mal gucken, wie wir damit kommen So, alles runtergefallen Was ist denn hier los? Wir sind in Erinnerung Auf Weg der Scheiße So, sag ich doch Mehr als zwei Stacks mittlerweile Das reicht langsam Ähm Ja, kommst du mit da? Oh, wir haben das Ding abgebaut Ups, das ist vorher nicht mit Absicht So, wie weit ist hier? Boah, geht ja Boah, dort ist ewig, ey Das ist ja schlimm Oh, rickst du mal was? Ach, ne, ja Alter Kann ja so nicht weitergehen, ja Gut, dann gucken wir mal ganz kurz Wie weit waren wir bei unserem Tunnel Oh, ach du Scheiße Und gleich wird er gestorben Aha, ja, da hatten wir schon was Ein bisschen was So, hier geht der Tunnel runter So, und hier wollten wir dann weiter bauen Okay Ah, tschat, er wollte ich hinsetzen So, jetzt weiß ich gar nicht mehr Auf welcher Tunnel wollten wir runtergehen 256, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher Ähm, ja Zum Glück ist das heute ein bisschen bewölkt Ist auch ein scheiß Wetter Aber dafür gute Wetter, um aufzunehmen Vorhin kam kurz mal die Sonne raus Während man in der Doom aufnahm Aber die ist mittlerweile auch wieder weg Von daher Kann ich auch noch ordentlich in der Höhle bauen Ohne dass ich hier Augenkrebs bekomme quasi Fuck, 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 fuck Hey, lass mich hoch Oh, immer mal hier vorbeikommen Damit das auch Jahr weiter wächst Voll daneben So, äh, eins haben wir den mit rausgepackt Du kommst da rein Du kommst da für raus Dankeschön Stecker haben wir Stecker haben wir Sehr gut Stecker haben wir Easy Pupp easy Ach, wir haben ja hier noch zwei Oh Gott Ich hole wieder Okay Ich hole wieder Okay Und wie gehabt Immer dran vorbeigehen Damit dir Das Zeug auch ja nicht einschläft Wie so eine Stiefmutter Die abends nach 20 Uhr Alle fünf Minuten ans Bett kommt Schleppst du jetzt nicht, Bengel? Du sollst schlafen, Bengel Eigentlich schläfst du immer noch nicht, Bengel So Äh Nein, so dunkel ist es hier gar nicht Das sieht doch so aus Ähm Ich sehe gerade die Hand vor meinen Augen nicht mehr So, easy Wer kommt mit? Äh Ich liebe dich Nein, ich freue nichts Sondern Komm mit Was ist das? Haha Wer ist mein Piener? Okay Keines ist jetzt nicht witzig Schöne Material Die hat schöne Rohstoffe Oh, da blüht mir das Herz quasi Hätte ich beide hier in den Ort gebaut Es kann ja so nicht weitergehen, ja Ah, Eisen Sorry, aber Ach, ich lasse jetzt mal alles drin Kann ich später immer noch abbauen Wenn ich den gebrannten Stein dabei habe Um die Löcher gleich wieder verfüllen zu können Verfüllen zu können Ah, eine Ratte Du verfluchte Ratte Übrigens, wir können nochmal Bauzonen hier aufstellen Damit nicht etwaige Monster hier runterkrabbeln Ich meine noch scheint sie relativ inaktiv zu sein Aber hier zum Beispiel Hier ist es bestimmt schon etwas aktiver Ah, ich bin mir nicht ganz so sicher Ah, im Herzen bauen bist du Was? Knochen Im Herzen bauen bist du unschlagbar Oh Gott Kinder Ich werde mal meine Serverwills ein bisschen überarbeiten Liebe ist strikt verboten Ah Man darf nur den Herrn aller Herren Lieben, das bin ich Hey du Ratte Hab jetzt da mal Es ist mein Revier Ab da, auf da Und mach die Döner Teller So Ey, die sind genau in front of me Nice Go, äh, Eisen Hab ich zufällig, äh, gebrannte Erde dabei? Nein, ne? Äh, ja, Brand Erde Erst heißt das gebrannte Erde Das heißt das nicht gebrannte Erde Sondern gebrannte Stein Nicht zweifacher Füttipp Was? Man bekommt gar nichts Ich dachte, man bekommt ein bisschen Fleisch Ratte schmeckt lecker Hab ich mir sagen lassen Nein I hate you Fehler Im System Erhebt sich mir auch viel zu hoch Fuck Also ich brauche definitiv gebrannte Erde Äh, gebrannte Stein Clean storm Ah, wechselt schon was Er hat auch sich doch gut aus Nice Noch drei Jahre warten Und ist fertig Ähm, ja, Stein kann erstmal wieder Ach, da wir haben mittlerweile Nee, kommen den ganzen Stein Ich wollte nur noch nach draußen Draußen die Kisten Das wird ja so einfach zu viel Ist doch nicht mehr normal Ist das doch nicht mehr Ich meine, das ist nicht mal ganz 11 Wer macht so eine Scheiße So, lassen wir fertig hier oder was? Gott, das macht ewig Ähm, was wollte ich? Hä, was, 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 was hier oben Hä? Ach, gebrannte Stein, genau Gebrannte Stein, das da Ach, jetzt bleibt noch zwei Blöcke Zwei Stacks Wird wahrscheinlich gebrauchen So tollpottig wie ich bin, was ist hier noch drin? Oh, ist doch schon fast voll. Gott, Alter, konnte hier keiner vorbei und sich Krempel abholen? Da liegt die Scheiße schon gratis rum, ey. Ich dachte, Leute lieben gratis Sachen. Boah, ist ja sicher unser Weg. So. Können wir nämlich das hier auch gleich abbauen? Easy. Ah, sogar noch mehr. Ah, sollte es gewesen sein. Ah, Eisen geht immer. Eisen kann man immer abbauen. Eisen kann man nie bekommen. Das einzige, was man noch mehr gebraucht als Eisen, ist Diamant. Aber eben, auf das Level müssen wir uns erstmal vorarbeiten. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Und die nächste Stufe. Problem ist, ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir überhaupt sind. Wisst ihr was? Ich krab einfach so tief, bis wir irgendwann mal rein zufällig auf Diamanten treffen. Was ist das? Ho! Ho! So. Ich glaube, Alex Brow, join the game, left the game, oh my god, ich glaube, wir wollen erstmal eine kleine Autopause, ich mache das Ding hier fertig, Aizen, wir lieben dich, ich will kippen von dir, jetzt sofort, los, besorgst du mir, so, easy pop easy, dann, so, würde ich mal sagen, das war's mit der Folge, bis zur nächsten Folge, bis gleich, bald, gut wann mal, tschüss.